Was hast du an? Grünes OP-Hemd, Engel in der Talie, mit sexy Vorausschlägen. Hey, schon mal was von Leinenzwang gehört? Taxis! Du warst drei Wochen im Koma. Du musst ihn gehen lassen. Ich will ihn wiedersehen. Er ist tot. Ich will ihn wiedersehen. Er ist tot. Ich habe nie verstanden, wie Menschen mit dieser Angst leben können. Und dann hat es mich erwischt. Die besten Detektives der Stadt arbeiten daran. Bitte haben Sie etwas Geduld und nehmen Sie dort hinten Platz. Ein Officer wird sich gleich um Sie kümmern. Wir sind auf Ihrer Seite. Warum fühlt es sich da nicht so an? Wenn man etwas liebt und es sich nach und nach verflüchtigt, verliert man jedes Mal ein bisschen von sich selbst. Das ist zu leicht, Mann. Es ist erstaunlich herauszufinden, dass es in dir eine Fremde gibt. Ich habe heute einen Mann getötet. Sie hat deine Arme, deine Augen. Sollte jemand der Meinung sein, dass dieser Mord gerechtfertigt war, darf ich ihn vielleicht daran erinnern, dass wir ein Rechtssystem haben? Und dann bist du nur noch diese Fremde. Es gibt kein Zurück. Wie können Sie wie vorher weiterleben nach dem, was Ihnen passiert ist? Man wird jemand anderes. Es gibt viele Arten zu sterben. Aber man muss herausfinden, wie man leben kann. Ich habe mich oft gefragt, wenn jemand, den ich kenne, ein Verbrechen verheben würde, hätte ich die Kraft, ihn zu verhaften. Und? Hätten Sie sie? Willst du was? Ich will meinen Hund zurück. Die Fremde in dir.